Böse und herzlich willkommen zu Propagation VR, ein kostenloses Spiel, was aufs Team endet sich ist. Hauptgrund, warum ich es mir geholt habe, ich sehe schon da hinten, das bewegt eine Spinne und hier sind ganz viele Zombies, also es ist ein super tolles Spiel, nicht für mich, aber hey, wir probieren aus und wir machen es auf jeden Tag normal. Ich würde noch am besten easy anklicken, aber es gibt es wohl nicht. Hm, oh ne, oh ne, siehst du schon, es vergeht schon so ganz schrecklich an. Ich bin hier Horror-Spieler ganz, ganz schlimm und jetzt ist es noch ein Horror-Shooter-Spiel. Oh, hey, wie gesagt, es ist kostenlos aufs Team. Da kann man das schon mal ausprobieren. Wo bin ich jetzt hier? Oh Gott. Welcome to Hell, let's teach you all to fight and survive. Ich will keine Zombies treffen. Genau sowas will ich nicht treffen. Oder? Das muss ich jetzt warten. Achso, okay, okay. Alles klar. Das fängt hier schon mal hübsch an, ja. Okay, bin ich jetzt ein Zombie-Kerb? Habe ich es geschafft? Ja, 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 spiel ich zu Ende? Nein. Okay, ja, was ist das? Sie have gone? Oh, ja, okay. Take it. Oh, die Hände sind hübsch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt? So, habe ich jetzt eine Woche hier? Ja, ich muss ja auch eine Woche mit dem Schießen, aber... Achso, ja. Da ist sie ja. Ich hasse das. Einmal muss man das immer früher hören. Das sieht jetzt automatisch aus. Nein. Das ist ein bisschen einfacher. Das ist nicht die ganze Woche. Das ist richtig neu, wie man das sonst bedient ist. Ja, bla 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 bla. Ich möchte nicht spielen. Nein, ich möchte nicht spielen. Was soll ich? Wir schauen mal an die Schulter. Uuuuh. Man. Warte mal, falsche Hand. So. Oh, das ist nicht. Nee. Die ist leer. Gebt mir die Beine Waffe, ihr Lieblings. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, du bist wieder am Abkommen. Wie ich dachte, das... Was ist denn an dieser Waffe, ne? Man muss die Änderung lagen. Und ich tanze nicht. Ich tanze nicht. Ja, ich tanze. Oh. Hä? Ich hab sie doch... Hä? Ich hab sie null gedauern. Ah, okay. Oh Gott. Die ist mir einfach zu groß. Das ist... Und ich treffe hier gar nichts. Warum diesen Stapfen, wenn die Leute ein Bier haben? Nee, ich will lieber die normale Bistube. Das muss ich auch noch machen. Okay. Warum kann man denn nicht einfach losrollen? Warum muss man sich trotzdem immer... Wenn man Scherf nicht... Das sieht ja immer ein Scherfen aus. Anstrengend. 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 Ich habe jetzt schon Muskeln gerade hier mal. Hallo, ich greife hier nichts. Ich würde gerne zuschießen, aber dazu ist mein Arm leider zu klein. Was kommt denn? Das war nur ein Kopfschuss. Nur ein Kopfschuss. Boah. Ach so. Ja gut. Ich hab's begriffen. Darf ich jetzt spielen? Darf ich jetzt spielen? Oh, reicht doch. Wie viel muss ich denn nach dir? 7. Oh. Letzter wie Doppeling-Fender. So. Reicht das jetzt? Use the joystick. Ich hab kein Joystick. Das ist mir kein Joystick. Genau. Ich hab' ich. Juuu. Oh. Ich schüsse jetzt so. Bam. Okay, okay. Alles klar. Alles klar. So. Jetzt ist es los. Geht's jetzt halt gleich los hier. Wie besser so. Echt? Oh. Ich fände es an das nichts zu tun. Bitte los. Zombies sind ja noch einigermaßen eventuell in den Bett, okay, aber bitte keine Spinne. Bitte keine Spinne. Ich hab heute schon so einen Atomgapel. Einfach, dass da noch eine Spinne auf meinem Bett lag. Eine riesenfette Spinne lag auf meinem Bett. Und ich mein, warum sind die nicht an der Decke? Spinnen sind noch an der Decke. Und die lag in meinem Bett. Ich hab mich fast eingekuschelt und tatsächlich diese Decke. Ja, das war echt nicht schön. Deswegen war meine Nacht heute sehr poor. Und jetzt mach ich ein Spiel hoch. Spinnen zu bekommen? Really? Ich will nicht mehr schießen. Liege bei mir. Keine Munition einfach für nichts. Kann man laufen? Sag jetzt nicht, man kann nicht laufen. Das wär ja lust. Ja, man kann echt nicht laufen. Oh nein. Nein! Ich bin vor allem. Na oh. Na, muss ich jetzt schon schießen? Oh, wie ist denn? Wo ist das denn? Hätte ich nicht so gut bekommen. Oh, ich kann nicht so weit. Oh, ich bin so weit weg. Oh, ich bin so weit weg, oh, ich bin so weit weg. Oh, ich bin so weit weg, oh, ich bin so weit weg. Na ja, das war es auch schon. Schönen, wenn ich darf. Gut. Man kann echt nicht laufen. Na scheiße, haben wir uns alles so erleben. Ich fühlte ein Headbang! Headbang, Headbang, Headbang! Ich merke schon, mit dieser Hälfte komme ich nicht, Leute, obwohl ich sie wiederhabe. Ich muss die Hälfte auf den Kopf kippen! Na gut, ich glaube das ist besser. Das ist besser. Scheiße, ich leh jetzt einfach hier in der Mitte und bin das Rock drauf für die ganzen Zombies. Ah! Oh nee, das ist ein Spiel für mich. Das ist kein Spiel für mich. Scheiße, der immer diese Hoffnung hat, ja. Damit komme ich nicht, damit komme ich echt nicht mehr, weil die Musik komme ich nicht mehr. Damit komme ich nicht mehr. Damit komme ich nicht mehr. Nach dem Projekt! Oh nee, das ist kein Spiel für mich. Ich dachte, man kann hier wenigstens wegrennen. Oh nee, das ist kein Spiel für mich. Oh nee, das ist kein Spiel für mich. Ich dachte, man kann hier wenigstens wegrennen. Oh nee, was passiert? Oh nee, was passiert? Oh nee, was passiert hier? Dann ist es kein Spiel für mich. Vielleicht wirst ein Spiel für mich. ich weiß nicht oh 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 Ich bin los! Sehr coole Spiel! Richtig genial! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, ich bin los! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach nee! Was ist das für so ein Spiel? Ich hab meinen Controller nicht ganz gut gemacht! Das ist für mich der Traum! Das war ganz, wo bis alle nah sind oder? Scheiße! Oh nee! Also das ist echt absolut kein Spiel für mich! So geht das vielleicht! Ich warte dann einfach bis sie kurz da sind und dann kann ja gar nicht so viel passieren! Ah! Weg 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 weg! Alter! Oh nee! Also wie kann man sowas spielen? Ich verstehe es nicht! Ich verstehe es wirklich nicht! Okay, jetzt hat sie wieder weiter weg! Das kann ich ja wieder da nehmen! Okay! Okay! Warte mal! Scheiße! Oh nee! Es sind zu viele! Es sind zu viele! Es sind zu viele! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Es sind zu viele! Es sind zu viele! Es sind zu viele! Es sind zu viele! Es ist zu viele! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Ich versuch mich jetzt mal... nicht wie so ein Märty zu übernehmen! Ich krieg das jetzt hin! Jetzt bin ich Profi! Moment! Das ist schon mal schön geladen hier! Und jetzt schön erzielen! Denk! Was am Kopf tut! Was ist das? Wie soll ich denn gar nicht schießen? Meine Hand tut immer noch nicht! Nein, jetzt habe ich das normal eingestellt! Ich will ja nicht in diesem Moment! Ich will ja nicht in diesem Moment! Ich will ja nicht in diesem Moment! Ja! Das ist kein Spiel! Ich... Ich darf jetzt kein Spiel! Ich... 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 Was ist das? Was? Nein! 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 So. Noch zwei. Kann ich jetzt schon laufen? Ich verstehe jetzt so. Komm, komm, komm! 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 Ich bin schon draußen runtergeschossen! Jetzt schau! Ich bin schon wieder los! Geh! Nein, 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 nein. Ich mag das Spiel nicht. Ich mag es nicht. Aber wir dürfen gleich schließen und so ein bisschen. Oh, ich will mich verarschen. Alter. Danke, danke. Was ist denn? Was ist das? Wo kommen die Enden? Ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld. Ich sehe jetzt, wo gehen wir hin? Hallo. Okay, sehr gut. Was ist das? Ich bin nicht schuld. Bitte, ich bin nicht schuld. Wir haben schon seitdem wir mit den Headquarters verabschieden sind. Ich bin nicht schuld. Das Virus ist nicht nur die Menschen zurückgebracht. Der Labor hat ein paar Beispiele von Mutations- und sogar Multi-Species-Hydrates. Wir können nicht hier bleiben. Wir versuchen, die Subway zu verlassen. Aber bevor das, wir müssen die Generator zurückkommen. Das geht nicht alleine. Du bist mit mir? Okay, wir sind Freunde. Hilfst du mit mir? Okay, wir sind Freunde. Wir gehen mit mir. Mit mir! Okay, sehr gut. Ich bin kein Sussi. So, Jens. Ich schlafe schon an meine Waffen. Hey, was bin ich drin? Meine Leute, lass mich nicht rein. Ah, da kommst du! Hey, lass mich nicht alleine. Bitte! Hallo! Hallo! Jetzt hält sie sich auf. Vielleicht ist man dich dir wieder. Oh mein Gott! Hallo! Oh mein Gott! Sie sind froh, oder? Sie schwärmen jetzt und ich bin doch wieder alleine. Okay. Ich bin für die Hintergrund! 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 Oh nein! Ich bin für die Hintergrund! Ich bin für die Hintergrund! Alter! Sny. Don't worry! Was hat er gesagt? Don't worry! Wir sind Provis! Oh, Frag wir! Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja. Oh, da kommt schon wieder so ein riesiges Teil. Sieht doch auch ganz. Oh, nee. Das ist ja noch schlimmer, wie du spielst. Jetzt ist es ganz ehrlich. Also, das geht gar nicht. Oh, nein, du hast dich. Oh, du hast dich. Das ist ja so schön, du hast dich. Und das ist ja noch nicht so schön, oder? Oh, ich habe den Tag zum Schirn nicht. Nein, das ist ja noch nicht so schön. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Da kommt jetzt mal endlich Munition. Die Kleine hinter mich schon wieder so was Ähnliches, ne? Ah, das war's. Scheiße. Scheiße. Oh, da ist die Verhandlung. Jude ist lange auf 10.000. Die Verhandlung ist ja, das wird alles passt. Ich bin noch nicht. Ich bin noch mal weg. Du bist einearische Geschichte. Ich bin noch nicht geflogen, oder? Ich bin noch nicht geflogen. Ich bin noch nicht geflogen. Nein, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Wie kann man das so verschieben? Ich komme mal erst. Wieso, wieso? Warum macht man das so aus Freilich an? Nein, nein, nein. Ich check mich mal für die Kompi. Nein. Ich glaube, das ist der erste Mal stattdessen. Ich glaube, das ist in meinem Griff. Schießen, schießen, schießen. Aber ich bin aus dem Tag. Schösslich. Ich würde es nicht so. Es reicht mir nicht, Schösslich. Das ist fürchterlich... Das ist wirklich ein fürchterliches Spiel. Ein Traumgegen fürchterliches Spiel. Na. Das ist wirklich schwer, ich habe auch nicht, ich habe es nicht, Leute. Absolut, sorry. Puh, das ist jetzt nichts für mich. Das ist eigentlich nichts für mich, das halte ich nicht mehr aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, vorbei. Let me die, vorbei. Abschließen. Abschließen.